So, hello, hello und willkommen zu der Folge Minecraft, heute spielen wir mit dem Master Builders schon eigentlich mehr gespielt, denn heute wollte ich noch sagen hier, yoastr30.shop, wer noch kein Franzler Merch hat, hier, wenn man sieht, hier, Franzler Merch, und ja, sieht man auch das durch, und wer sich hier schon gefragt hat, warum man Franzler Merch hier durchsieht, nämlich, ich habe hier so ein Greenscreen hinter mir, nämlich, wenn ich zum Beispiel jetzt so mache, äh, ade, 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 ad Ade, 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 ade nein wir brauchen keine zelle, einfach nur so eine Wand achso ich versteh schon, versteh du? machst du eine Box wo der eingesperrt ist das ist so so Ironbus auch, also so Eisenbahn ich mach meinen Boden so eine Sekunde ja, kannst du machen so ich weiß auch was du meinst also wo ein Zombie eingesperrt ist oder wie? ja aber auch so ein kleiner Käfig im Gefängnis ok probier' das jetzt irgendwie Minecraft Gefängnis oh my, oh Minecraft Käfig so Эm alright genau flog gibt es eigentlich irgendwas neues hat also ich dachte ich dachte du machst einfach so ein ding zum echten ich dachte ich habe nicht so gut aus ich weiß nicht aber die zeit die zeit ist gering oder wir machen da eins und zusätzlich so ohne unsere tür rein oder wie man es oder haublein wirklich so ein ding ist er ist meinst du dass das die gitter sind es so lol und das zusätzlich okay verstanden so ein kiefer kiepig weiter ich habe es anders ständet das monster zombie und das auch top oder es gibt es für monster es ist ein monster was beliebt hat flo ich weiß nicht so ein killer das ist so ein killer irgendwie oder so ja ich habe eine geile idee es gibt es nicht fertig das ist das ist so eigentlich habe ich gerade hier irgendwie dings hier war ich schon mal nämlich kurz ich weiß nicht was gibt es ihm gibt es was neues flow hat tubs schon wieder irgendwie dings hier hat tubs schon wieder die haare stinken so stinken so dings was was für monster kannst du hier machen jetzt machst du so ein killer mit so mit so irgendwie dings ja 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 muss so richtig dings auch okay mein käfig ist fertig alles sieht richtig cool aus also müsstest du machen es wird es so ein hoch hoch punkte so hoch dings hoch sicherheits dings ich war mal die wände hier drei minuten machen auch schon mal schnell und das ist es ja und so nice weil du bist ja gleich fertig ich will noch irgendwie so ein polizist draußen machen lass einfach den typen den gefängnis werter aus anubis von dir nehmen oder von von dings macht ihr einfach einen normalen polizist oder nicht schlecht gut aus lol die blinz ist sogar lol okay okay hauptzucht schieb 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 box online zu befestigen so müsste er raus raus herum irgendwie auch noch was machen kannst du gleich noch irgendwie die dings draußen machen dann kann ich also die 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 wände hingen wir machen obwohl war der denn ich muss jetzt erst mein ding ist wie mache ich das messer wollte außen noch irgendwie so eine bank machen oder so ich habe irgendwelche komischen geräusche genauso ja wie gesagt wer es noch nicht weiß hier franz haben wir schon 30 job job ich glaube man kann ich wir machen auch wirklich so ein schild in der woche jetzt 30 job all right und so aber du musst irgendwie so hast du leute jetzt sogar ein heftlings dings gell heftlings nehmen wir das heftling aber wie mache ich das allerdings ich kann kein dings machen kein messer hast du kein messer die blöcke sind zu groß echt mache aus oder was meinst du wissen ich weiß nicht war doch ich komm gleich zu groß schau mal alles stimmt gell sehr viel zu groß mache irgendwie stiegen quarts stiegen ich weiß nicht ich weiß nicht ich habe ich glaube das wird diesmal nicht so win da brauchen wir ein dach eigentlich nie oder wir brauchen polizist ja alles gut ich muss aber noch die wand fertig machen ja polizist kommt gleich oder kannst polizist dabei anfangen wenn du den heftig fertig hat glaube ich nicht so ja ich habe ja einfach den heftig fertig ich bei dem polizist schon das können wir schon hier sind eine minute oder 30 sekunden polizist okay aber wie willst du polizist machen okay jetzt sehe ich den zeitdruck das sind polizist dabei schaffst du ihn alleine glaubst du ja oder extra sehr dazu immer so eine bank oder so draußen und da bin ich gleich mit der wand auch noch fertig so würde ich den boden noch irgendwie zu holz machen oder so oder wie machen wir den boden äh 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 cobblestone nein eigentlich passt du zum boden hier äh cobblestone kriegt glaube ich besser aus oder ja doch cobblestone ähm auch schon richtig komisch aus äh ja mach irgendwie noch dings ja genau solche fesseln ja wo ist ein nether fence es gibt keinen also da ist nether fence ich hilf dir kurz beim äh beim typen hier so mach irgendwie braun warte ich mach die haare schon oder machst du schon er hat keine haare deine kappe also genau machst du die kappe du machst ähm orgen warte orgen 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 äh farbe mach so oh die ist ein ding sieht richtig schlecht das macht die kappe besser ja warte ja ich mach schnell ich mach schnell ich mach schnell äh mach du du weil dings passt so oder so ähm slap ähm dread terracotta schnell 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 ja doch 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 das passt und das passt schon das passt schon das passt schon oder mhm ja das wird schon passen ich glaube monster ist echt nicht bei dem was wir gemacht haben er ist echt nicht das rote wolde weggemacht am boden jetzt habe ich nicht ach so das war dings ja oder boden ich hab den kompletten dings mit blut und neul ist ein monster der mit safe bin oder was ist das ein tierischer t-rex hey aber ist ein drache ja dragon omonster schreibt dir auch einer da ist einer joh mei und top stinkt aber das war das geben die alle das geben die äh ok gut der eine katholiken der glaub ich geben lol schreiben die ok ich glaube wir haben relativ gute monster also wer verschwägt macht das ist das meme gell ok was das alle sollen so monster sein oder denkst du es also es oder ich weiß nicht ich kann auch was es ist ok was ist das hier pixel art 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 ob das ist ein cookie äh leute obsorient enderman mit cookies store ok ähm so hey du bist so ein ehrlicher alien jain das ist das auge fehlt ich glaube ich gebe kacka ich gebe kacka äh was ist das oh lol was ist das für ein monster hey das ist ein zombie oder wie das kriegt gut das kriegt gut weil das hat schau dir mal jetzt eine beine an der hat sogar so ein dingsbein gell so ein holzbein oh lol was ist das das ist irgendwie aus der kriegt gut der kriegt gut aber wie gut wir hätten auch so was kommen können hm äh was ist das schleim äh was ist das 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 legendary best online 111 wir können nichts ich glaube jetzt ein dritter oder zweiter save legendary legendary bad oh mei äh ok was gibt es hier es gibt richtig viele leute das ist auch der von ja der kenne arme es geht ok weil es ein monster ist ja es kriegt ok immerhin äh ok 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 äh die wollen alle die von schreck ja schon wieder die von schreck irgendwie bauen keine Ahnung warum das kriegt kacka weil es ein monster weil es immerhin ein monster ist ja warum korbelstone warum korbelstone korbelstone ach da was ja ok das war klar ich würde sagen das spielen wir irgendwie noch schnell eine kleine runde äh noch in eine runde und dann sehen wir uns gleich wieder ok äh wir sehen es hier in der neuen runde äh wirbelsturm uhr stempel stempel äh drachen wir könnten stempel machen Flo was ich hab super super was wir dann nehmen uhr ja ich weiß was ist stempel das uhr äh ne er ist wirklich stempel ok ähm ein stempel ist einfach ein stempel kannst du nicht wissen was das stempel ist was lass einfach so ein riesen stempel machen nein aber ich meine warum ich hab keine ahnung hast du ein riesen stempel genau lass so ein riesen machen der so ein riesen stempel macht und darunter ist irgendwie so eine kleine maus oder sowas nein ich habe eine beste idee ich hab eine fabrik machen wo so eine maschine ist ach so was meinst du wie meinst du so ne dings oder wie meinst du so ein laufband oder was ja ich weiß schon ok 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 so ja ich glaube das andere würden wir hier nicht hinbekommen wir müssen simpel aber einfach ah wann was die simpel aber einfach ein bisschen simpel aber äh ja simpel wir müssen simpel waren und nicht zu viel aufwand was machst du hä ich baue ne maschine was wir jetzt machen äh warte 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 wo ist laufband laufband schwarze wolle oder was machst du frau wolle als sie jetzt durchgeht und ist so eine stempel maschine ok ok warte und das irgendwie da genau mach bei der einen seite kommt so irgendwie äh dings so ungedrucktes oder so und beim anderen gedrucktes ja meine ich ja meine ich ja meine ich ja ok warte wir müssen es groß bauen ja wir müssen äh 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 big factory müssen wir bauen so so überhaupt ein big glas genau und lass doch mit glas mit wolle mit äh schwarzer und grauer wolle lass irgendwie so machen ja was machst du oben das muss man ja sehen das muss man ja sehen achso ja so glas rein oder das ist ja so zu immer oder äh ja aber man soll ja reinschauen können ja dann lass sie einfach äh ja dann lass sie was passiert glaube ich jeder dass sie sich jetzt solche dinger machen kennst du das halt wo wo das reinläuft aber was man ups und äh weißt du was man wird so machen ja das kommt ja auch da rein aber du musst dings machen du musst äh ja genau man muss durchsehen ja das sind solche dinger weißt man nein nein dann sieht man nix ja du weißt was das durchgeht nicht weil ich meine solche teile wir haben noch keine Zeit mehr wir haben noch keine Zeit mehr wir haben noch keine Zeit mehr ja ich weiß was du meinst aber das schaut nicht gut aus das kannst du nicht gut machen glaube ich naja glaube ich auch nicht warte doch das geht eigentlich oder das geht eigentlich oder den epischen Sieg epischen Sieg einfach an den epischen Sieg denken ähm das sieht gut aus oder wie findest du es ja aber man sieht dann nix und muss ja drinnen was sehen äh das irgendwie oben wenigstens so ein Sight Dings bauen oder okay das war grad ohne die Zeitverschwendung okay äh so das irgendwie so bauen als es hier durchgeht und äh auf der Seite kann man rein ziehen einfach so keine Ahnung warum ich baue dabei drinnen den Stempler okay oh ihr Stempler so äh Spruce was ich denk oder wie nehmen wie machen wir das ich glaub so aber ich weiß schon wenn wir das machen so ein großer so ein großer Pisten einfach also so ein großer okay 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 ja das ist eine richtig gute Idee was ist unsere was ist unsere was ist unsere Stempelware Stempelware äh wir könnten machen ähm was könnten wir machen oh oh wenig Zeit äh nein wir haben noch genug Zeit wir haben noch genug Zeit das geht sich aus okay äh Stempelware keine Ahnung was kann man stempeln ähm Verträge ne nicht Verträge Brief so ja Brief genau okay Brief Stairs so kann man ja noch stiegen warte mal so 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 also es ist nicht symmetrisch in der Mitte aber ist egal oder ist egal obwohl obwohl ich kann nicht so machen so 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 du musst machen dass der komplett unten ist dass der drauf ist achso so meinst du okay 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 so oder weil er Stempel gerade ne 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 ein zweiter ein zweiter ein zweiter so und so und so okay ja aber das wird richtig gut eigentlich ja ja genau hier auch noch eins so so Verträge oder so Briefe oder so kannst du machen oder so ja ja ich mach schon ich mach schon warte warte ich bau auf der anderen Seite dasselbe ja mach ich manchmal bei mir ist die fertigen und bei dir ist die unfertigen du musst einfach nur äh Schnee hinfahren ja 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 alles gut alles gut wie viel Black oder ich lass zwei Abstand so aber ist eigentlich eine richtig gute Idee alright 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 soll ich bau noch irgendwie unten noch sicher sicher stehe ja wir brauchen noch nein schau was ich bau da hab ich hab schon ne bei meiner Seite noch nicht das musst du auf der anderen Seite noch bauen ach so das meinst du kiki kiki warte so so das so ein Förderband ist wie wie so ein Panzer mhm wie so ein Panzer so alright so und so also so was also wie du spot hast so und so also ich weiß schon was du meinst so kannst du auf der anderen Seite auch noch bauen irgendwie alright oder obwohl warte ich hab schon wie soll unser Stempel ausschauen Stempel ähm ich weiß nicht Stempel irgendwas irgendwas färbiges das irgendwie so Fleisch hier aussieht weißt du was meinst oder irgendwie so oder was was stempen wir dann äh Briefe Verträge oder keine Ahnung du musst am Ende noch so einen Steher bauen oder ganz unten wie ein Steher ok der sieht nicht gut aus alles gut alles gut er kann auch so oder irgendwie mit schwarzem also er sieht so aus das ist falsch das ist eins zu niedrig schau mal das muss eins höher was oh oh sonst hast du keinen Dreh-Dreh-Effekt oh nein alles gut alles gut das krieg ich noch hin so so ah alles gut wir müssen noch irgendwie äh ich weiß immer noch nicht wie wir stempeln äh boah 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 äh Dings Item Frames oder so hin oder nicht Item Frames ich weiß nicht ich meine was ist unser Stempel ich meine was ist unser Stempel äh überlege einfach oder geh einfach bei der Minecraft äh Dings durch bei der Seite oder weißt du bei der bei dem Kompass oh ich habe eine geile Idee hast du? ok ok nice 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 ok eine Minute noch eine Minute noch ok ich habe das Ding jetzt auch fertig ähm so ich kann jetzt irgendwie ähm irgendwas noch drauf schreiben oder so warte warte oder was machst du? ach so lol ok das ist gut das ist gut einfach so ein Foto dass der so ein Foto drückt warte mal so ein Item Frame oder so oder so ein so ein Leaf warte guck mal äh warte mal wie 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 heißt das äh 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 irgendwas am Boden warte mal äh grün nee Carpet ja keine Zeit keine Zeit ich mache irgendwie eine Sonne oder so warte mal schnell machen wir schnell warte so warte ich mache hier noch irgendwie äh so ein Dings oh oh warte ich mache hier noch so ein Teil wo man es steuern kann oh nein wir haben kein Glas aber egal so so ein Teil wo man sieht eigentlich okay aus es geht ja es geht ja eigentlich Stempel doch sehe ich relativ gut schon was wie eine Flagge was ist das hier was tolle ist das ich erkenne da nichts irgendwie was ist das was ist das Stempel hast du gesagt so ein Ratikum ist ja nicht weiß nicht was ist das äh was ist das ich habe keinen Amschluss wie ein Hühnchen ich habe keinen Amschluss wie ein Hühnchen ein Hühnchen mit Käse weißt du was das für ein hä really äh was ist das hier eine Box ein Brief Dings dann haben wir das halt super easy gewinnen ich habe keine Ahnung was es ist äh ja es gibt es gibt mehrere weiter auch auf Englisch war bei mir mal Iron Man und das ok was ist das Slime Slime ich glaube das ist ein Stempel auch Slime oh my oh was steht da ah ich okay Stempel es geht okay was ist das aber was ist das oh der macht das glaube ich mit dem roten Ding stempelt er das ja das ist gut das ist gut der mischt das auch so selber ja okay was ist das hier wir haben es auch nicht falsch verstanden die anderen sind alle dumm ja 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 es ist so ein Dings so ein von Schach zum Schluss wie eine Schachfigur alle was hä ich glaube wir jetzt weiter sind hä ich glaube wir haben es wirklich falsch verstanden ja egal ähm ich glaube es ist eine Schachfigur oder wie gesagt dann lass irgendwie lass den Like dann abo da und aktiviert die Glocke für mein mal was du willst ein Punkt ja ein Punkt wie gesagt lass den Like dann abo da und dann würde ich sagen ja dann lass den Like dann abo da und äh aktiviert die Glocke und hier nochmal Franz Design hier wer es noch nicht weiß die Schacke abonniert die Glocke und äh wie gesagt lass den Like dann abo da und äh schau hier noch euer janser30.shop vorbei beim Franz Design und äh ja wie gesagt lass den Like dann abo da und tschau pschu wir sind hier zwei ein 1 Untertitelung des ZDF, 2020